So Leute, was geht und willkommen zum neuen Video. Heute mit einer kleinen Ankündigung. Die meisten wissen es eh schon. Und zwar probiere ich jetzt nochmal für einen Monat Twitch aus. Und nach dem Monat wird dann ein Video kommen, für welche Plattform ich mich entschieden habe, auf der ich streamen will. Und ich habe auch so einen kleinen Streamplan, den ich versuche einzuhalten. Deshalb möchte ich hier Dienstag, Sonnastag, Freitag und Sonntag streamen, jeweils um 18 Uhr. Frontane streamen ist an den anderen Tagen, kann ja auch gut möglich sein, dass ich das öfteren mal mache. Ja, aber die Tage versuche ich mal sicher einzuhalten. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist natürlich in der Beschreibung. Und wenn sich irgendwas in den Streamzeiten ändert, beziehungsweise wenn ich es irgendwie nicht schaffe, an den geplanten Tagen online zu kommen, dann poste ich es auf meinem Discord, Twitter oder Instagram. Und ja, aber wie gesagt, kann es auch gut sein, dass ich spontane Streams an den Tagen, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, mache. Dann ist es möglich, dass ich es auch auf Twitter, Instagram oder auf dem Discord poste, aber sicher ist es dann nicht. Aber damit es jetzt nicht nur irgendwie so ein kurzes Video ist, gibt es jetzt hier noch ein Meetup, was ich vorhin mit Mox und Wasch gespielt habe. Also sie sind in der Rechtsziele. Ich schaue hier mal auf. Ich bin zu blöd dafür. Ah, kein Problem, Robben. Das Spiel 2 ist dann doch ganz cool. Ich habe keine Gaps bekommen. Ich habe sie. Ich bin gerade ein Spyro. Ich hätte so gerne Spiel 2. Oh, ich bin hier am Auspacken. Ey, ich habe gar kein Lava. Was ist denn da los? Was kannst du gleich ein paar Gaps abrücken? Ich habe noch 5. Achso. Ey, Jungs, es ist quasi. Der läuft gerade im Einzelnen hinterher. Oh, Leute, wieder Jump Boost. Ich gehe auf den. Seid ihr eigentlich? Also siehst du unten, in der Mitte. Ah. Ey, jetzt komm her. Er steckt sich einfach hoch. Ich bin abgeschaut. Ach, Mann, ist so ein netter Mensch, dass der mit einem halben Herzwerk kommt, ne? Ey, der hat fast B2, ne? Ich mache das aber auch verdient, so gut wie der spielt. Ey, komm doch her! Ich wollte sich meinen Kill. Oh, jetzt noch einer hinter mir. Das ist aber fair. Ey, ich stärke gleich. Ey, komm, ich habe Stärke gemacht. Ey, er hat ein halbes Herz. Aha, ich tue das also. Ach, das bist du. Mit mir hat noch 3 Gaps, kannst du mir das abgeben? Ein Herz? Ich habe 6. Ja, ich habe noch 4 Herzen. So, ich bin Outer. Was ist denn hier los? Robert, ich könnte jetzt abdrücken, wenn du kommst. Ja. Wo bist du? Ihr Dubs. Ich hatte 5, 10, aber... Ja, ja, ja. Ey, das war ja nicht mal mein Kill. Was da ist los? Ah. Oh, jetzt hat 4 in 1 halbes, ne? Er schießt die ganze Zeit auf den. Ich bin Outer, ne? Helfen wir mal. Er warte, das recht hört. Ja, ich tue ihn erst mal nicht so schnell. Hinter dir vor sich. Ey. Lass dir gleich aus. So, Jungs, da kommt uns, äh, so ich werde gerade von zwei Leuten gebummst. Ja. Die kommen. Wir wurden alle Kill-schüttchen. Hi. Moin. Ey, wenn du so eine kleine Border ist, habe ich nicht in der Unter. Ey, ich spiele hier wieder so einen Scheiß-Meter mit. Ey, das checkt mich ja hier, insane. Mir macht toll Spaß, Null. Also, wir wollen bis jetzt alle Kill-schüttchen und die Klai-Tool spielen. Aber jetzt habe ich mal einen One-A-Klai-Insträger, oder? Machst du Hilfe? Ich ne. Ne, bitte lass mir das 1-1. Ich meinte, ich war's. Ach. Ich hatte Angst, dass es für mich meins. Ach, das ist tot. Ich hab' einen 2-Runde lang geh'n, und du fick'n, jetzt wird's denn mit einem halben. Oh, jetzt ist es. Jetzt kommt der Jump-Boost, oder so. Mein Bogen ist nicht so Barber-mäßig. Ich würde denk'n mit einem halben Herz, ey. Kann man eigentlich so tryharden. Kannst du mir ruhig helfen? Ich hätte da ja kein Problem. 2-1? Ne, ich bin ne 1-1. Ja. Böne Sache, ne? Uch! Mach' mir der Old Chat. Hä? Du musst auf Ausrufezeichen. Please post a different message. Du musst Ausrufezeichen schreiben. Oh, okay. Ich will nicht sagen, aber ich sterbe hier vielleicht noch. Ah, never mind, vergiss es. Bitte komm, ne? Ah, jetzt crappt er wieder. Bitte, ich werde das. Du musst es? Ah, ich muss es hat er. Okay.